So, willkommen zurück zur GTA Online! Das neue Update ist da, wir sind live! Wir gönnen uns das neue Update, es ist das Free-Mode-Update! Rockstar Editor ist genau auch dabei, den haben wir ja schon so ein bisschen ausprobiert. Wer das Video noch nicht gesehen hat, müsste jetzt irgendwie mal, ja, müsste irgendwo so irgendwie so sein. Jo, wir werden ein bisschen spielen, naja, ist klar, ne? So einige Sachen werden wir gleich machen. Alles klar, hab noch mal kurz kontrolliert, ob mein Video darauf ist. Jo. So, ein Moment, dat machen wir, dat machen wir, dat machen wir. Boah! So! Ein Moment! wenn Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, der Server ist down, ist das Problem. Oder er ist down gegangen. Ich hoffe, die anderen treten jetzt alle wieder bei. Tim, du bist ja auch am Start. Falls du auch noch welche zum Einladen hast, lad mal ein, was du kannst. Ähm, ich hab ja auf jeden Fall. Tut, tut, tut. Gut. Pfff. Das ist schon wieder extrem nervig. Ich hasse das so, ne? Eben dann Totenkopf. Ich weiß nur nicht genau, was das jetzt ist. Wo ist denn jetzt hier? Oh Gott, ich muss erst mal... Ja, komm. Wir haben gerade ein holpriger Start hier, du. Das ist natürlich wieder super passend zum Update, ne? Da fängst du gerade an, da stürzt direkt der ganze Server wieder hier. Alle sind weg. Nur Tim ist gerade da. So. Ja, scheiße. Jetzt bin ich nicht rechtzeitig hingekommen. Ja, wir müssen hier was machen. Das kann nicht sein. So, jetzt... Ah, langsam kommen wieder ein paar. Ich lade ja, ich hab ja vorhin... Ich hab vorhin auch richtig coole Runde gehabt. Das waren dann auch die Szenen, die jetzt auf YouTube hochgeladen wurden. Ähm. Und auf jeden Fall Bock gehabt. Vorhin haben wir echt viele Leute hier gehabt. 20 Leute teilweise. Da hat GTA echt mal wieder richtig Spaß gemacht. Die Atmosphäre ist ja, wie ich schon immer gesagt, ein bisschen am Leiden wegen der Musik. Die ich höre jetzt zum Beispiel gerade auch Musik, aber ihr hört es ja nicht. Die wird rausgefiltert. Das ist halt immer so eine Sache. Boah, hier ist gerade die Action. Also ein so ein Event ist am Laufen, wo der Tim gerade mitmacht. Da sind wir jetzt nicht rechtzeitig hingekommen. Ich hoffe, da kommen noch ein paar andere dazu. Die Lauf-Lobby ist ja zum Glück offen. Nein, shit. Man könnte das als richtiges GTA-Comeback hier feiern, gerade wenn ihr die Musik hören würdet. Aber ich kann euch ja mal sagen, was ich gerade höre. The Chain Gang of 94, 74, was weiß ich. Radio Mirror Park hier. Sleepwalking halt. Dieses, dieser Soundtrack. Aber warte mal, wir sind ja unter Kollegen hier. Ich kann jetzt ja auch die ganze Zeit Dings machen und so, Szenen. Aber offenbar, wir werden noch mehr werden. Ich weiß ja nicht, ob der Mosin und Skiller LP wissen, dass ich gerade am Streamen bin. Wenn ja, falls ihr jetzt gerade da am Start seid, ähm, 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 ladet gerne mal Leute ein. Ja, hi, Sea War. Alles klar. Du konntest, du hättest auch gestern schon schreiben können. In Noreal habe ich auch wieder Entband direkt, wo der mir gewispert hat. Hä, äh, 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 äh. Müssen wir ein bisschen warten, wir werden... Ah, Johnny Storm will kommen. Falls wir was geiles planen oder nachher was machen wollen, dann gehe ich mit euch in den Chat. Dann möchte ich euch bitten, dass ihr in den Sprachchat nochmal geht von der Lobby. Aber im Moment noch nicht. Im Moment habe ich auch hier ein Chat aus. Könnten ja nachher einen Tuning-Treff machen, erst mal. Ja, hör mal. Was stehst du denn da rum? Hit and run, motherfucker. Wir haben jetzt nicht, äh... Raymond ist nicht in der Crew, den kenne ich doch schon so lange. Hier in die X510 lade ich halt nur Leute ein, die auch gerade aktuell mit mir spielen. Wenn ich immer weiß, ja, die sind aktiv. Relativ. Den kann man auch spielen. Und das sind halt Xbox One sogar. Also nur Xbox One-Gamer sind in der Crew. Aber den können wir ja mal gerade einladen. Sub-Zero kenne ich jetzt noch nicht. Werden wir mal schauen, wie der sich benimmt. Ey, hier ist ein Gangangriff, den wir noch nicht haben. Jetzt geht sie los! Na, komm. Mein Gott, der hat den wieder ausgehalten, der Typ da. Die manchmal aushalten, ist das Highlight hier. Ohne Scheiß! Wo? So. Moin Niko! Killer Player! Und so. Flucht, Jungs! Flucht! Oh, die Musik ist so geil dabei gerade. Und hör, ihr hört die nicht. Zu gut, ey. Schade. Richtig Movie gerade hier. Wow! Willkommen zurück in Los Santos, würde ich mal sagen. GTA macht gerade Spaß, ich glaube es gar nicht. Ohne Scheiß, ich habe gerade Spaß an dem Spiel. Das liegt aber glaube ich daran, dass hier so ein paar Leute mal mitspielen, endlich. Das ist voll geil, ich habe schon lange nicht mehr welche hier drin gehabt. Was haben wir denn gerade? 6, naja nicht viel jetzt gegen sonst, aber top sind. Die sind am Start einfach. Vorhin war auch nicht schlecht. Wow. Ich glaube ich hier im Auto hier? Ich kann euch einfach mal, ich gebe euch jetzt mal so einen kleinen Tipp, weil... das ja von der Xbox One rausgefiltert wird. Ihr könnt ja natürlich auch von bestimmten Radiosendern, die ich so höre, Playlisten auf YouTube hören und die leise im Hintergrund laufen lassen, dann habt ihr wenigstens so ungefähr das Feeling, oh, scheiße. Ich würde sagen, ich würde sagen, der ist seitdem wir sind fest. Ohne Re-flex! Ohne Re-flex! Vielen Dank.